Dieses zum Kauf angebotene, renovierungsbedürftige Mehrfamilienhaus befindet sich in Althütte. Das im Jahr 1971 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Immobilie verfügt über einen Balkon, sowie einen Parkplatz. Sie hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 266 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 178 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis beläuft sich auf 199.000 Euro. See Immobilien Management GmbH beantwortet gern Ihre Fragen. ken-